Und? Wie läuft's im Bett? Kriegt er noch einen hoch? Ich möchte gerne mal wissen, woher du diese Boshaftigkeit hast. Wieso? Ich denke, du willst ein Kind von dem. Wer will ein Kind von wem? Bitte, ich will das hier nicht in aller Öffentlichkeit. Meine Schwester hört ihre biologische Uhr ticken. Das war bei mir auch so, aber es geht wieder vorbei. Ihr Typ ist Oberstaatsanwalt, so totaler Workaholic. Ach komm, kriegt er überhaupt noch einen hoch? Wieso? Was guckst du mich jetzt so an? Ach übrigens, wir brauchen noch Salate. Neun Stück, zum Tisch vier. Und der Weiß hat wieder sein Gewiss auf den Po verloren. Übernimmst du? Okidoki. Und was? Ich meine, was sagt euer Chef dazu, dass ihr während der Arbeitszeit Alkohol konsumiert? Das war eben der Chef. Was steht da drin? Du kannst nichts dafür. Ich weiß. Nein. Du kannst nichts dafür. Ich weiß. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Sie hat sich jede erdenkliche Mühe gegeben mit dem Kind. Bei allem Respekt Frau Gräfens, ja. Aber ihre Tochter wird seit Montag Mittag dieser Woche vermisst. Wir haben jeden Grund anzunehmen, dass hier was passiert ist. Dramatische Auftritte sind nun mal Maikes besondere Stärke. Das hat sie von ihrem Vater. Gerade jetzt, wo mein Mann in den Vorstand der Koratorbank AG gewählt werden soll. Sie können mit großer Wahrscheinlichkeit davon... ... ... ... ... ... ... ...